Was geht ab Schulkino-Wochen? Ganz liebe Grüße aus Karlsruhe. Jetzt leider doch über Videobotschaft und nicht persönlich, aber immerhin. Ich wollte euch nur anbieten, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Sei es zum Interview, konkret oder vielleicht auch zu Filmen und Schauspiel im Allgemeinen. Haut raus, schreibt mir auf Instagram. Ich kann nicht versprechen, dass ich alle Fragen beantwortet bekomme. Aber I try my best und bei manchen Sachen werde ich vielleicht auch einfach überfragt sein. Aber wenn ich euch irgendwie weiterhelfen kann, Beste. Ansonsten genießt den Film.